Januvakra Kurmasana ist die Schildkröte mit gebeugten Knien eine Vorübung zur vollen Schildkröte Purmasana. Kindra zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend, beuge die Knie, gib erst die Fußsohlen auf den Boden und gib die Arme unter den Knien hindurch. Dann gib die Fersen auf den Boden und die Zehen hoch zur Decke und solange du noch nicht weiterkommst, halte die Knie oben. Für die Mehrheit der Menschen ist zunächst einfacher, die Handflächen nach oben zu geben und die Ellbogen leicht gebeugt zu halten und so ist diese Stellung leichter für die Ellbogengelenke. Wenn du wissen willst, wie du weiter in die volle Schildkröte kommst, dann gehe auf www.yoga-vidya.de und suche nach Schildkröte bzw. Kurmasana. Das findest du natürlich auch in der Yoga-Vidya-App. eine kleineessel faturige Soritis zu halten und drücken, dann gehe auf dem Rechtschildkröte, ein bisschen az GmbH und etwas in der Haut werdenлект zu halten. Und, da die sind, die meisten conferences, bis auf die Bart shampoo und gesessen sind und 여러분. Vielen Dank.